So Jan Torben, Jacqueline und Hans Jenny, jetzt sollte man schön Weihnachtsflöten, gell, und macht der Mutti eine Freude. Doch nee, muss das sein. Hellerweil, die Scheißflöterei. Echt, ey. Oh Mann. Hat der Weihnachtsmann mir auch mal die Geschenke gebracht? Hast du dich auch schön bedankt, dabei verlegen gelacht? Hast du dieses Jahr umartig, hast dir alles verdient? Sitzt dir noch der Schall im Backen, der dich hinterlistig einkriegt? Und war Oma wieder glücklich? Nicht weil Oma lange tot, sondern weil die Sachen herrlich passen zum Pulli in Rot. War die Kartosen gebügelt, war der Baum auch reich geschmückt, und als ich dann am Weihnachtshaben brach die Freundin gebückt. Kam am ersten Feiertag die ganze Family daher, gaben Tanten, Onkel, Schwestern und Verwandte noch viel mehr hatten. Wenn ihr in der Schokolade waren, alle voll gut drauf und preis dann alle wieder Sekt waren. Wenn ihr in der Schokolade habt, habt ihr brav an Jesus Christus den Erlöser gedacht? Oder einfach nur ab 18 Uhr Geschenke aufgemacht? Habt ihr Packpapier geordnet und die Falten glatt gestreift? Kann man sicher noch mal brauchen, gerade in der schlechten Zeit. Endlich wieder Weihnachtszeit. Alle sind glücklich, alle sind froh. Alles scheint friedlich, scheint heilig, sowieso. Endlich wieder Weihnachtszeit. Alle sind glücklich, alle sind froh. Alles scheint friedlich, scheint heilig, sowieso. Alles Chattis am Ende. Kannst du bitte aufhören mit deinen Füßen auf dem Tisch? Das ist doch absolut das letzte. Du bitte das Papier mit den glatten Kanten, zu dem Papier mit die raue Kanten. Sonst kommt das alles nach einander. Das muss doch nicht sein. Bis zum nächsten Mal.